Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5372 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sei vorsichtig. Das ist nicht so einfach. Ich habe da meine Erfahrungen. Sei vorsichtig. Das ist nicht so einfach. Ich habe da meine Erfahrungen. Sei vorsichtig. Das ist nicht so einfach. Ich habe da meine Erfahrungen. Wir haben den Wohnwagen zwischen den Bäumen geparkt und erkunden nun die Umgebung. Wir haben den Wohnwagen zwischen den Bäumen geparkt und erkunden nun die Umgebung. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Um meine Zähne langfristig zu erhalten, putze ich sie mehrmals täglich. Um meine Zähne langfristig zu erhalten, putze ich sie mehrmals täglich. Mein Zahnarzt wird zufrieden sein. Um meine Zähne langfristig zu erhalten, putze ich sie mehrmals täglich. Mein Zahnarzt wird zufrieden sein. Das ist mein erster Baum. Ich möchte noch viele Bäume pflanzen. Ich war den ganzen Tag einkaufen. Die mitfühlende Aktivistin kämpft für die Rechte der Unterdrückten. Die mitfühlende Aktivistin kämpft für die Rechte der Unterdrückten. Breite deine Arme aus und versuche, so hoch wie möglich zu springen. Breite deine Arme aus und versuche, so hoch wie möglich zu springen. Peter wirft Steine in den See. Die schneebedeckten Berge spiegeln sich undeutlich im Wasser. Diese Arbeit ist so langweilig, dass ich lieber etwas anderes machen würde. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.